ich werde die mal richtig ignorieren weil die mir natürlich am püppelchen vorbeigehen weil ich keine lust habe auf diesen komischen normal ich laufe jetzt manuell das mit so blöd ich suche jetzt manuell selber aus jetzt läuft es sieht das ganze gleich anders aus ich hoffe der haut ab die sommer aufhören hier fremde zu bekämpfen und hier so du kehrst mit den halbseligkeiten zurück und gibt sie eine nach der anderen series was ist das sie respekt ein teil hoch und kann ihre überraschung nicht verbehren das gehörte meinem mann bevor ich abgehoben bin habe ich überall danach gesucht aber nicht gefunden merkwürdig auf einmal ist es da sie ist hält das teil fest in der hand in all diesen absehlichkeiten findet sich spuren von energie die dieser torsianer zurücklesen die hier lebten series hebt ein stück nach dem anderen auf und spürt die spuren der energie die leute die hier während des großen krieges lebten sind gestorben sie sind lange schon tot und begraben aber in ihren habseligkeiten spüre ich noch immer schwache spuren von energie damit dürfen wir nicht übersehen was eine zusammenführend diese energie bewirken kann ich kann sie nämlich benutzen um weitreichende zauber damit zu wirken ich möchte versuch mit diesen zauber die überreste der stern macht von gestorbenen saint rolysianer zu aktivieren mit dieser energie kann ich dann die monster bändigen diesel nimm diese stern macht multiplikatoren und stell sie überall dort auf wo die meisten monster sind mit ihrer hand mit ihrer hand also mit ihrer hand dort series auf die stellen ich mache erst die richtweite reichweite der stern macht multiplikatoren bevor ich den zauber zur befändigung der monster anwender alles klar dann kommt bestimmt ein geiles video und die meisten monster sind ja klar da sind doch keine da sind kommen welche was die drei dinger du hast die stellen macht multiplikatoren genau in den richtigen stellen aufgestellt sie ist nicht zufrieden und jetzt pass mal auf gleich ist es soweit oh gott diese es dauert eine weile dieser art wie zauber zu wirken und ich habe angst dass die monster ihn unterbrechen und der zauber dann nicht funktioniert ich kann den zauber nur einmal anwenden daher brauche ich deine hilfe bitte halte mir die monster von leib während ich den zauber anwende du tust was sie sagt und beschützt sie während sie den zauber wirkt vielen dank dann lass uns mal loslegen series beginnt den zauber anzuwenden und du schaust zu wie sich langsam helle licht strahlen um sie herum sammeln gleich sehen wir uns im video glaube ich dann muss ich dann dinge tun die keiner tun wird da kommt dann ja was so ich muss die bekämpfe ach soo ja gut ist doch gar kein problem für uns das ist doch gar kein problem für uns auch das ist doch gar nicht nach 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 Das war's für mich. Das war's für heute. Hm hm hm. 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 Das war's für mich. ein Moment so wenn ich mal spannend kann man das sehen wie das funktioniert du schlägst die monster näher in die luft flucht und kehrst zu sie ist so was sie fährt mit ihren zauber fort und ist sichtlich konzentriert diese mit dem zauber scheint alles bestens zu funktionieren der prozess sollte schon bald abgeschlossen sein sie ist bemerkt dass du zurück bist und spricht mit dir während sie den zauber wirkt während du sie sie ist beim durchführen ihrer magie beobacht das kommt eine der elite soldaten angerannt schlechte nachrichten wir wurden von einem riesigen monster entdeckt jetzt kommt es mit vielen anderen monster immer näher keucht der panische soldat nach luft schnappend du schnappst dir eine waffe und bereitest dich innerlich auf einen kampf vor entschuldigung bevor du siegeres sagt dass du die sache in die hand nimmst damit sie mit ihrer arbeit fortfahren kann jetzt bin ich gespannt äußern boah geil mhm ne der fährt nicht um den schnapp ich mir die hat ja ich ich mach ich fertig dann das feuer von ihm alles klappt damit ihre kreise zum angreifen so ein bisschen merken kamehameha kare 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 Oh! war das ihr mann das hausen also das ist der mann war irgendwie alle gleich aus so du siehst series wie benebelt auf einen phantom starren und hörst sie einen namen sagen scheinbar ist es jemand den sie kennt das phantom ist man eher man sie start das phantom an und sagt dir wer das ist ich weiß dass er nur erschienen ist weil die stern macht durch meinen zauber von manifestiert war dadurch ist auch eine lange in mir schlummerndes verlangen nach meinem mann geweckt worden danke die fantome die sich durch die stern macht manifestiert haben halten die monster auf abstand und ich weiß nicht wie lange sie es beobachtet wie die fantome die monster bekämpfen sollten gehen bevor die monster bemerken dass wir hier sind series winter zu um dir zu zeigen dass sie ihr los müssen dass ihr los müsst dann let's go wir sehen uns dann soll ich jetzt mal warte mal kurz da vorne stimmt doch irgendwas nicht plötzlich bleibt ihre stehen und bedeutet dir nicht weiter zu gehen dachte ich mir doch da vorne sind feindliche wachen schön ruhig bleiben ich schau mal nach was da los ist wir müssen so schnell wie möglich zur stern glanz warte aber da vorne halten greife wache aber aber es hat sie dort zur verteilung eingesetzt damit keine monster zu warte kommen die greifen werden die greife werden alles und den angreifen der versucht in die stern ganz warte zu kommen wir müssen sie also beseitigen wenn wir dadurch wollen wir müssen unser ziel schnell erreichen also marsch kameraden treibt sie ristig und die elite so laden an 18 stück wieder das soll immer noch mal 18 stück wieder so viel wie viel krieg muss ich noch ertragen um am ende zu finden dauert doch noch länger als ich dachte wo sind wir dann schon sind wir sind noch nicht mal dort da gibt es ja einen nein keinen heil tränken Tank, heila, Tank, Tank, ein Hälfter. Ah ja, gut. Warte. Tututututum. Was ist das? Komm mich auch mich auch ein großer stitch wurde die schwer klar 管 wenn die kor lang Das war's für heute. die tasche noch nicht abhauen na gut dann kommt dann noch das weder egal kam mir haben so subi junge das noch viel fallen ok mal später weiter wird es sind alle in ordnung die greife waren nicht einfach zu besiegen aber wir haben sie trotzdem erledigt ihr habt bloß rumgestanden am haus hat scheinbar schwere geschütze aufgefahren damit die monster nicht reinkommen hätten sie damals bloß die verbotene magie weggelassen und nicht diese kreaturen beschworen was ist nur aus unserer heimat geworden so oft sie jetzt kann uns nichts mehr aufhalten sie es blickt sich um und kann nichts ungewöhnliches entdecken die worte ist da vorne weiter geht's sie es deutet auf den ort erwarte geradeaus alles natürlich dreck mitten ins getümmel die schießen auf mich hilfe ohne eigentlich noch mehr super wir haben es geschafft leute sie durch erstmal gut um hier sie res res kuliert den soldaten zu ja wohl diese 86 diesel die truppen erkunden das gebiet während wir hier alles vorbereiten